Hallo zusammen, heute ist 29.06. Zeit für ein neues News-Update. Ja, Dwarf Fortress, das hätte ich echt nicht gedacht, aber das kommt richtig gut an. Hat jetzt schon Gothic und den Torum Run und so weiter hinter sich gelassen, was so die View-Zahlen angeht und das finde ich echt super. Dass so ein, in Anführungszeichen, Randgruppenspiel so viel Erfolg hat, ist echt cool. Also das Spiel hat es auf jeden Fall auch verdient und ich werde es auch weiter powern, wie nichts gut ist. Zumal unser erstes Fort ja auch richtig gut läuft. Also ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass irgendwas schon in den ersten Folgen tierisch schief läuft und ich dann sofort eine zweite Staffel anfangen muss. Aber bisher ist alles okay. Das heißt, Dwarf Fortress wird jetzt noch eine ganze Weile weiterlaufen, zumal es ja theoretisch auch ein Endlos-Projekt ist, denn das Spiel kann man nicht wirklich schaffen. Aber Gothic und der Torum Run, die nähern sich langsam, aber sicher dem Ende. Also Torum Run braucht noch ein bisschen, Gothic auch, aber es ist abzusehen. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, wenn ich die Zeit finde, da ein paar mehr Folgen am Tag rauszubringen oder ein paar mehr Folgen in der Woche, damit das Ende halt ein bisschen näher kommt und wir noch ein, zwei abgeschlossene Projekte mehr in der Tasche haben. Denn ich will auch Platz machen für ein mögliches neues Projekt und das wäre Gnomoria. Ja, das ist ein Dwarf Fortress Clone, den ich auch schon mal vorgestellt hatte, aber ich bin mir noch nicht sicher, ob ich ihn mache oder nicht. Denn ein Kollege von mir hat auch vor, davon ein Let's Play zu machen und ich muss erst mal gucken, mit wie viel Elan der rangeht. Also wenn er richtig viel davon produziert, dann ziehe ich meinen Hut, lasse ihm den Vortritt und er kann Elan das erst mal machen. Wenn da jetzt aber nicht ganz so viel kommt, dann werde ich wohl selber ein Projekt anfangen. Denn es macht mir auch Spaß und es wäre auch eine richtig schöne Nische. Denn soweit ich das sehen konnte, gibt es nur ein einziges deutsches Let's Play davon bisher und das fand ich nicht ganz so toll. Wäre auf jeden Fall für mich eine weitere Gelegenheit, ein wenig meine Fühler auszustrecken. Also ja, das ist der Plan. Dwarf Fortress läuft weiter, Gothic und der Torum Run werden auch möglichst schnell dem Ende zugeführt. Also ohne zu hastig zu sein, ich will einfach mehr produzieren. Planescape Torment wird wie immer weiter dümpeln, also alle Nase lang kommen mal ein, zwei Folgen, aber erwartet dann nichts Großartiges. Das Projekt wird noch eine ganze Weile dauern, bis es fertig ist, zumal es ja auch voraussichtlich an die 200 Folgen haben wird. Das heißt, selbst wenn ich jetzt jeden Tag eine Folge rausbringen würde, würde es noch mehrere Monate dauern, bis es fertig wird. Aber ja, also Planescape Torment düppelt noch ein bisschen weiter und eventuell kommt dann Gnumoria. Aber das muss ich halt wie gesagt noch entscheiden. Ja, das war es auch für dieses Update. Ich hoffe, ihr habt soweit so viel Spaß und wir sehen uns demnächst. Ja, das war es auch für dieses Update. Ja, das war es auch für dieses Update. Vielen Dank.